Das Ziel ist halt das... Äh, in Gang 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 Halbdruck mit Pala wieder Guckhalten in Süden Sog hat er drauf Minus Speed gebrochen Big Mess Es ist Cover Fett Defense Damage Okay, I'm good, I'm good Tankstab gesnared, Minna auch Minna assist Maybe Damage Kassierer, okay, bin safe Full Mess was drin Need DMS DMS? Ja, dropped it Okay, Kite a bit East Clear Pala, assist Kite, wir sind mit in den Caster umdringen Wir sind müssen trocken mit, ey, wir haben 3 gestunnt, 3 Caster gestunnt So we go Sarazena Assist Jetzt wurde ich geslammt Oh no Jetzt ist der Druck weg, jetzt ist Druck weg, Achtung Water Reno, wenn du vorne bist, zurück, ja Tone Assist Stun des Capiped Codes Die Messing Water Reno Ah Parler gesnared Need Parler Ich messe hinten Äh, Nies Minna nochmal, assist Minna Assist Ich bin wieder drin bei den Caster Ich bin wieder drin bei den Caster Okay Clear Grogan Okay Clear Grogan Das ist die Damage Bin Debug Defense Damage Ich gehe wieder rein, ich bin drinnen auf den Castern Sind alle gerupted, macht ein bisschen Druck jetzt bitte AE ist da rein oder so, alles jetzt Ja, ich mach's Ich hab' viel Druck gerade auf den Caster Ich bin auch geslammt, okay, Druck ist weg Druck ist weg Smoober Damage Ihr seid den Cleric hinten Smoober Damage, ja Guck mal Lass den Parler killen, hinten wegziehen und Parler killen Oh, da riech noch mit Da geht was Parler hinten Assist Jo Genau in dem Moment Minna ist hinten, vielleicht Minna Minna ist gesnared Ich hab' kein Mana gerade Jetzt Minna, Assist Minna Jo Nice Okay, jetzt geht was, jetzt rein Ihr seid hin links Parler, nein Parler lassen Assist 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 Oh, kurz Mana Cover-Pad clearen bitte auf mir Die sind alle gedruckt, macht Druck Die sind alle raus Alle sind raus jetzt, kommt jetzt mach Druck Einfach killen jetzt bitte, irgendwas Der Cleric links ist der Snared Kommt nicht so nach Was ist das? Was? Moment PUSH Ein Target ist gestand, wenn du kannst Saracene 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 Assist Bleib drauf, wir gehen auf ein anderes Target Assist Defense Stunt Ah, vielleicht muss raus, ich hab' keine Mana mehr Defense Mest Ich bin geslamt Kein Druck Motorino, Achtung Motorino, Achtung Motorino, Achtung Okay, nice, du bist gut, du bist safe Minster Assist Ich geh kein geslamm Motorino Damage Minster Assist Minster Assist Bin noch Kabba, Kabba ist gestamnt I'm assisting Nice, that's nice, stay on him PaństwaKing Kl%. Si'beREAM пошlt Okay nevermind impange Minster Minster ist well stun Okay, übernimmt. Boah, dann bauen wir ihn. Wie ein Nachtrucks an, bitte. Boah, sorry für das. Ah, sie ist an der Kante gemesst. Vorsicht. Das ist so schlecht. Nearsighting Sok. Nearsighting Smoker. Brutone, assist. Assist Brutone, go. Genau. Stunt. Downlight. Assist Inkunu. Nearsighting. Nearsighting. Nearsighting Saracen, assist. Big mess. In the back, Pala, Highlander, assist. Jo, der Pala, der kann nicht mehr gestunt werden, macht ihn weg, ja? Okay, ich leg dir Cure. Fuck, nice, nice, nice. Pet. Ich stun die Pets. Die Assighting, Pets. Highlander, Highlander assist. Amassed, Virgil. Amassed. Kein Steaming. Kein Steaming. Oh, fuck, so knapp. Heavy damage on Enchanter. Okay, row. Ihr Sighting Ekonosorg, again. Oh, da wird noch eins. Ala wurde gerettet. Hala müssen wir rein. Pets clearen, Pets clearen, Pets clearen. Pets clearen, Pets clearen. Wo war der Mensch gleich? Ich eh kümmer. I-Core, I-Core, ja. Sehr geiles I-Core. Wollen wir Sassen? Rechte Seite, nein. Es ist, rechte Seite. Bleib drauf, Tobi. Es ist. Ja. Es ist. Go. Ich bin gebetet. Ich bin gebetet. Okay, ich könnte. Was? Ich muss kiten für MCL. Cleared Pets. Ach, ich bin immer noch Nearside. Cleared Pets. Cleared Pets. Cleared Pets clearen. Cleared Pets clearen. Der Mahler hat dieses Nerven. Legt das Nearside mich runter. Astus, Astus geht runter. Orderie noch zu. Okay, ähm. Rizzi kriegt jetzt wahrscheinlich gleich damage. Minstel. Assist Minstel. Wo war der Minstel? Ich bin gemesst. 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 Der Parler ist höher. Parler Assist wieder. Jetzt. Assist Palla. Ich bin gemesst. Okay, nice. Minstel Assist. Minstel Assist. Minstel Assist. Wo war der mit wieder? Minstel Assist. Minstel Assist. Ja, mach doch, wenn das hast du. Sehr gut. Ja, mach doch, wenn das hast du. Sarapten Assist. Sarapten Assist. Scouts drauf. Ich bin zu standen. Ah, fuck. Ach, die haben Scout-Ads. Nice. Sarapten Assist. Ich bin von links. Voll geflankt. Pass mal auf. Ein Nuke. Sarazene. Wie ist die Lauf? Ja. Hier ist die Tür im Bad. Nicht den Highlander. Ja, wow, wow, Matt. Ja, wow, Matt. Ja, Fritz. Ich snap. Oh, ich bin im Slam. Amber. Clearing. Oh, krieg gleich Damage. Ich hab'n AE-Route in den Kasten drin. Nice. Sehr gut. Okay, Highlander Assist. Highlander, go, assist. Gemarki hier. Out of mana. Reset Damage. Ich geh mal runter. Ah, oh, fuck. Highlander. Assist now. Fast alle im West. Minstrel is on the left with two Grand. Okay, never mind. Putscht. Cabbie is on the left with two Grand. Cabbie is off the left with two Grand. Near-Sighted. Dichterminster. Assist Britain. We're on the right with two Grand. Damage Aspers. Heavy Damage Aspers. Putscht. We're singing. Highlander again. Sie haben viele Grannies auf dem Ok Versuch noch mal ein paar Routes Ok, ich hab jetzt zwei, vier Krets drauf Ja Scheiße, komm Bleib stehen, komm zu mir Jetzt sind viele Aeros drin Vorher hab ich nichts ausgemacht Sie haben auch keine Mahner mehr Die Fans kommen zu mir, lauf in die Bombe Lauf in die Bombe und danach versuch zu messen Wenn jetzt dann Hat mich gestunnt Ok, weiterlaufen, weiterlaufen Komm nicht weg Ne, tschau Ok Ok Turn Alle Uh, der ist alleine, der ist alleine, der Kubi, oder? Er ist geslampt, pull ihn durch Es ist Er hat gepullt Ok, er hat gepullt, er ist gesnared, er ist gesnared, lasst ihn erstmal Lass ihn Oder wollen wir ihn nehmen? Er hat immer noch gesnared? Ne Ich glaub erstmal auf ihn Der Teller ist geroutet Der Thale ist geroutet Die Mess Das passt aber Ich ja auch, die Mess Highlight ist geroutet Ok, Kobe in der Back Kobe assist Das ist Kobe, ist wirklich geil Super Und Kite Bike assist Wir nehmen stamm Was ist der denn Troll? Augie ist hinten ausgeraustet Die sind im Instrumus Kobi Assist Kobi Assist, go Faze-Hoop einfach auf den vielleicht, weil der gerade hin ist Kite Ja, ich wollte den zuerst nicht sehen Kite Chivor, oh man Rougan Petrol Assist Kobi Assist Assist ein Troll Menta Pet Passage Das ist doch so un-tanked Ist das Target? Ja Kite 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 Kobi Assist BD ist da Knoft demiss Woll aufgestanden? Nein, hinten I cannot demiss Savage Assist Savage Assist Fight mich Das Halt nicht Ich habe noch ein geflogen Ein Monjook Gut Ach ich will Assist, dwarf Sonst weiter Heiler im Basso? Ich snared, der Savage ist mehr Savage Assist Der war mein Ich hab keine Endo, Endo wenn es möglich Ich bin immer noch bei denen in der Backline und klamm das näher drauf Ich brauche einen Zähler Keep on Kiting, Keep on Kiting Ich kann den Ico auf den, ich kann den nicht snaren Ico, ja Der ist Sonst Wollen wir auch? Nein, noch nicht, noch nicht Lass die erst brechen Ähm, die versuchen mich irgendwie auszukalten Ich bin jetzt, glaub ich... Okay, haben wir jetzt Sonst? Ich bin jetzt wahrscheinlich nicht in der Range Nach Norden, alle nach Norden Go, Norden, Norden Sonst jetzt in Norden Richtung Norden alle Norden, Norden Ich hab's gebrochen Das ist eigentlich safe Oder? Nö Endo wenn Possible immer noch Assist Wer meint Bleib hier, Chira Ich snare den Savage, Kubo auch Juk den Typen Kobold Walkuhn ist fast down Ah Kobi Assist Nein Kobi Assist Ja Oder Renum Nett Skulls Die Messing Quickcast Kobi Assist Hatten wir ein Add erst jetzt? Come on Chira Ja, Fight war aber rum Frost Dive Assist Also das mit dem Kite Noss Das müssen wir nochmal üben Super Ich weiß I will mess the troll Bye bye Da geht's Leute Der Fight ist noch nicht rum Ich bin gestunnt Ich bin gestunnt Schlämst du mir den dann? Assess Ich Shitari Sitz Eigentlich hätte man schon jetzt auch disengaged Wieso Wieso Was haben wir Wir haben einen Ranger da I am Ranger disengaged Ne ernsthaft jetzt Ja man zeigt dann den Respekt Wir hatten den Fight halt Aber Im tiefsten wissen wir Wir müssen jetzt halt Eigentlich die Stimmt schon Stickt mal alle Kommt mal Das stimmt schon Jetzt können wir sie glaube ich auch killen Weil die haben die Doch die wollen jetzt sterben Doch Jetzt können wir sie killen Aber fürs nächste Mal Wenn da einer mitkriegt Dass da ein Add ist Also das muss man den Leuten dann schon auch Oh fuck Aber ihr habt schon recht Ich glaube der Fight war schon durch Natürlich Oh von links Äh ich soss Woh 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 Äh mach 7 Tane ist voll an uns dran Ja 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 Wir müssen jetzt was machen ne Es läuft aus Ja Eyla ist geslammd an der Seite Äh Tane auch Ist das im Mest Okay Ist das Zweig Ist das Zweig Go Lass den Tehn bitte Lass den Tehn der ist gesnappt Das Geile ist im Root Okay Kobi Assist jetzt Na Fuck Ausgelaufen Zweig nochmal Assist jetzt Ah rennt wieder runter Wichs Frosty ist abgerootet Nein Kommt von der Kante Glaube der Probi Assist Probi Assist Hinten Skalde kommt wieder rein Hinten Savage auf mir Könnt ihr heilen Assist Valk Hinten Ich brauche D-Mips aufm Aufm Tui Tane ist wieder frei Achtung Defense der kommt Nein 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 nicht Nicht in meinem Root Ich messe den Skaiden Nochmal Skaiden Mess Heavy Damage Stehe die eine Root hier aus Er steh mit dem Mets hier aus Messen Tanks So, gut. Den wieder gesnarrt. Äh, ich habe vieles. Ich weiß nicht, das eine Pad ist auch schwierig, äh. Das mit dem Rot und das Gehalten ist auch so semi. Du kriegst ihn halt nicht mehr weg, so. Ja, die purgen, aber sie wissen das nicht mehr. Okay. Wir kiten Osten dann. Und Parla. Nice pet engage. Parla ist gesnarrt. Demass my pet. Demassing. Das Rubi ist da gebootet. Smover damage. Messing. Messing... Messing... Messing Sork in der... ...gimig in Kajir. Okay, I go in now. Messing, uh, Carver on the right. Ja. Der hat der S. Der hat die S. Oh, der kommt für uns. Assist. No. I'm Messing Cleric. Unklerk ist Messed. Minsterstun. Parla, du bist frei. Assist. No. Messing Minstrel. Stay at target. I'm here to stand. I go in. Interrupting the casters. Nearsighting. Clear the ruby. Clear the ruby. We can miss pushen. Nearsighting right side. Highland damage on Asters. No. Minstrel, assist Minstrel, go. Minstrel assist. Go, go, go. Okay. Clearpads. Don't push too hard. Clearpads. 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 Smooth or damage? Minstrel assist. Minstrel assist. Minstrel assist. Good. Clearpads. Lass ihn auf mir, lass ihn auf mir. Okay, okay, okay. Oder Rhino-Metz. Fairkick Islander. This is Minstrel. Super zu schnell, dass ich das ansagt. Und er ist gut. Scheiße. Smooth or damage? You're missing. Costa are messed. Silent assist. All Costa are messed. One cleric is messed. The other is free. You're missing reals. Kite bitte mit. Ich brauche Mana. Kite bitte mit. Sein. Kala da. Kala da. Jetzt ein bisschen Druck bitte. Ja, mit MCL. Sonst heilt mich. Ich bin jetzt vorne. Ich bin jetzt vorne. Ich bin aufs Move-Up. Wahrscheinlich der Detention. Kala da gerätzt. Kala da gerätzt. Kann nicht mehr gerätzt werden oder so. Ich bin jetzt aufs Move-Up. Cleary Assist. Ja. Ich glaube da jetzt ein TWF rein oder so. Highlander, nein. Mussste nicht. Ist durch, ist durch, ist durch. Ja. Ist hier für 5 Ks dann. Alles gut, die Tank ist wieder down, jetzt können wir... Ich gehe rechte Seite, ich gehe rechte Seite, ja. Eine gute 40 Sekunden. Ah, das ist ein kleinstes Problem, ne? Ne, war das diesmal ziemlich nice mit den Ads, weil ich die diesmal als DMS und so Rude-Ship hatte. Warte, ich gebe dir hier, warte nicht, das Deckel. Ja, es fehlt gerade. Warte.